Mein Name ist Lee. Auf Deutsch bedeutet das Diplom Jasmin. Im Jahr 1990 bin ich nach Deutschland gekommen. An der Uni Karsua habe ich in Architektur und Wirtschaftsingenieurwesen mit zwei Diplomen abgeschlossen. Seit 2008 arbeite ich hier bei dem Vibu-System SAG als Country Manager China. Ich bin für das Geschäft in China von Vibu zuständig. Ich habe Oliver, der Vorstandsvorsitzende, über einen Ex-Uni-Kollegen kennengelernt. Er hat jemanden gebraucht damals, um unsere Kindergeschäfte zu organisieren, zu verwalten, da damals die Sprache sehr schwierig war und die Gesetzesumgebung. Und so bin ich hier zum Vibu gekommen und es ist bis heute auch sehr gut gelaufen. Ja, die kulturelle Zusammenarbeit ist sehr spannend und auch die netten Kollegen hier von Deutschland, auch von China, es ist auch sehr angenehm hier zu arbeiten. Und ich freue mich auch jeden Tag, wegen dieser netten Kollegen. Ich freue mich auch jeden Tag, wegen dieser netten Kollegen. Ich freue mich als Chef.